Ich wollte Bürgerin eines freien Landes werden, in einem Rechtsstaat leben. Ich wollte selber aussuchen, was ich an Zeitungen lese. Ich wollte keine Angst haben um meine Enkelkinder, wenn sie ihre Meinung offen sagen. Wir haben unsere Ziele benannt, die haben wir aufgeschrieben und auf der Straße vertreten. Und das ist alles gekommen.